die hier ist die Tour und Olli aber ich bin gerade dabei das Video zu schneiden und mir ist aufgefallen dass mein Laptop als Mikrofoneingang meine Capture Card ausgewählt hat ich weiß nicht warum deswegen habe ich jetzt eine ganze Folge ja ohne Commentary ihr seht wie sich mein Mund bewegt und alles ihr habt auch den Game Sound drin aber ihr hört mich nicht und ich habe keine Lust nachzukommentieren weil das ziemlich dumm ist also werde ich das jetzt genauso hochladen es tut mir leid es tut mir leid ist hoffentlich keine lange Folge ich glaube geht es nur eine halbe Stunde ja was soll ich machen es tut mir leid mein Laptop hat random meine Game Capture Card als Mikrofoneingang gewählt ich bin machtlos nächste Folge wird besser haut rein viel Spaß bei der Folge zeigte g Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rest in peace. 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 Rest in peace.